Heute feiern wir gemeinsam mit der Ostkirche das Fest der Kreuzerhöhung. Die heilige Helena, die hier überlebensgroß über dem Altar dargestellt wird, soll während ihrer Reise nach Jerusalem das Kreuz wiedergefunden haben. Deshalb hält sie, wo immer sie gezeigt wird, das Kreuz für uns alle sichtbar in den Händen. Muss das denn sein? Die Welt braucht den Anblick des Kreuzes, weil auch heute noch Menschen misshandelt werden, Unschuldige geschlagen werden und Unbeteiligte für ein paar Silberlinge verschachert werden. Im Angesicht des Kreuzes reden wir von den Leidenden dieser Welt, auch von uns.